Guten Morgen! Heute ist der 10. Dezember 2009 und es ist der zweite Tag von meiner Jakobs-Wanderung in diesem Jahr, naja gut, in diesem Winter. Mein Ziel ist heute von Croix-André, vielleicht bis nach Uy, oder vielleicht auch nur ein Stück davon zu gehen. Heute ist Dauerregen angesagt, Dauernieselregen, morgen auch, so dass ich heute mal meine Regenhose anziehen werde. Gestern fing es auch nachmittags an zu ernieseln, war auch ziemlich stark schon, aber meine wasserabweisende Arktik-Hose hat mich nicht im Stich gelassen. Es war zwar in den Knien ein bisschen feucht, ich bekam dann auch Angst, dass meine ganze Hose ganz plötzlich ganz feucht ist, aber das ist nicht passiert. Gut, ähm, ja, war eigentlich eine schöne Tour gestern, hat Spaß gemacht. Hm, das sind natürlich ganz schön schlammige Wege zum Teil, aber gut, bin mal gespannt, wie es heute ist, weil, ähm, der Eingang nach Uy soll relativ lang sein, also lange durch Städte, durch die Stadt gehen, das soll nicht so schön sein, mal gucken. Okay, dann bis später.